damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem kanal zu einem neuen kleinen let's play und zwar spielen wir oder gucken wir heute in die demo rein von always und wir gehen direkt rein schnoharre wir stellen ihnen einen killer vor schnoharre sprinten left shift select pick up left mouse right mouse interact drücken sie p oder escape um die steuerung anzeigen zu können ok taschenlampe wenn sie die taschenlampe benutzen blinkt sie und bleibt eingeschaltet jeder blitz kostet eine batterieladung benutze die taschenlampe um herauszufinden woher wiskars kommt lichtschalter und verteidigung mit einem lichtschalter wird die beleuchtung im flur eingeschaltet wenn whisker ist dem flur entlang kommt wird es ihn zum rückzug zwingen dieses verbraucht jedes mal zehn prozent der energie des gebäudes wenn dein gebäude energie 0 prozent erreicht wirst du höchstwahrscheinlich sterben gebäude energie kann nicht wieder aufgeladen werden heißt ja nice der laptop verfügt über eine verwaltungssysteme prüfen sie den energiestand laden sie die taschenlampe auf und vieles mehr im inneren des laptops stoppen zurücksetzen der seriengeräusche durch anklicken auf die schaltflächen wenden der aufgabe ok stromerzeuger drehen sie das rad eine volle umdrehung um den laptop akku aufzuladen die nacht überleben montag monday taschenlampe tot taschenlampe im laptop aufladen alle anzeigen schließen was ich muss okay was ist die serien ich muss sie zurücksitzen taschenlampe wird geladen wie ladelampe dinge security system was das minus muss ich das minus und plus zusammen laptop ladung ist zum arsch bitte geht zu dem generator ok immer zu dem generator der laptop mit voller leistung und ich muss meine taschenlampe ich will die doch nur aufladen ladelampe waschenlampe wieso kann ich denn nur einmal warum ok wir sind gestorben ich weiß nicht warum aber wir sind gestorben wir sind tot it is monday every fucking monday so als erstes laptop 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 laden alarm sirenen aus laden wo ist denn diese wo ist das minus da und nochmal geladen sehr gut ok so hier kann ich jetzt den lichtschalter ich kann hier den lichtschalter an und los machen jedes spiel ist auf jeden fall wie gesagt also ich hoffe is he gone oh no oh no ich kann es immer nur einmal betätigen wo ist er weiß er nicht weiß er auch nicht ok ok aktuell sieht es gut aus aktuell hören wir nichts aktuell gar nicht so schlimm ok jetzt warten wir bis wir vielleicht wieder was hören vielleicht auch nicht bis jetzt sehe ich nix und höre nix aber das spiel erinnert hart an five night is ready ne ähm haben wir selbst nie gespielt ist aber ich sag jetzt mal so eine art kloon würde ich jetzt behaupten ähm weil die mechaniken sind identisch nur dass das halt ein bisschen creepier aussieht okay er ist weg aber er hat sich versucht anzuschleichen die dumme Sau die haben wir haben wir haben wir und wir machen alles zu ma ich hab hier was gehört nein hier was nein hier was nein ich kann das mal ich kann das mal ich kann das mal okay okay Okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Es ist hier... Okay. Ich würd sagen... Das Spiel ist gar nicht mal so einfach. Okay. Also erstmal Sirene wieder ausmachen. Taschenlampe laden. Haben wir. Sehr gut. So, irgendwo konnten wir ja sehen, wie viel Energie wir insgesamt noch haben für das Haus. Und jetzt müssen wir wieder ruhig sein und müssen wieder horchen. Horchen, wo er ist. Ganz kurz hier nochmal gucken. Irgendwo müsste er hier. Machtaufbau. Zehn Prozent nimmt. Okay. Wait. Tschüss. Okay, das haben wir. Da, da. Wir müssen wieder aufladen. Er kam da angeschlichen, die Dumme ist auch. Okay, haben wir. So, jetzt laden wir hier wieder auf. Okay. It seems be... Ruhig. Shit. Ich muss hier wieder... Ich muss hier laden. Ich muss wieder laden. Und nochmal laden. Kann ich zweimal laden? Bitte, 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 bitte. 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 Okay, er kam da nicht. Da auch nicht. Das ist gar nicht mal so stressig. Memory. I hate it. Aber ich krieg's hin. Und jetzt hier. Alles wieder dicht machen. Dicht machen. Dicht machen. Ich sag dicht machen. Scheiße. Scheiße. Auf Wiedersehen. Oh Gott, das war aber gar nicht mal so unknapp. Da hat er sich aber auch angeschlichen. Der gute Schnurhaar, wie auch immer betitelt wird. Okay, da ist nichts. Ich wollte gerade sagen, warum war ich jetzt hier so ruhig? Okay, da ist auch nichts. Ladezyklen wieder nachladen. Und noch mal Ladezyklen. Mach doch schneller. Gönn doch. Oh. Das ist ein bisschen stressig. Da hinten, ich hab dich gesehen. Ich hab dich genau gesehen, mein Freund. Ich hab dich gesehen, mein Freund. This is because I see you. Ach doch! Ich bin gleich. Ich bin, ich bin... Ja, 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 ja. Okay. Geht also nicht. Ich will nicht, dass mir das Schnurhaar um die Ecke kommt. Und deswegen machen wir hier ganz schnell das Memory. Okay. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck Also wieder Akku aufladen Oh Es wäre so nice, wenn wir die Nacht überleben würden Tun Okay, haben wir Haben wir, haben wir Okay, haben wir auch Okay Okay Du kleiner, kleiner Ich hab dich gesehen, mein kleiner Gauner Mein kleiner Gauner Wir haben es geschafft Jawohl Nice Äh Was ist happening? Achso, ich dachte wir sind durch Äh, ich hab ein Problem I don't see anything here Wo bin ich denn jetzt hier? Ich hab keine Taschen, ich hab nix Ich weiß Taschenlampe ist tot Wo kann ich denn die aufladen? Äh, hallo? Ich bin einfach in einem viereckigen Raum Warum bin ich hier? Soll ich schaukeln? Oder Machen wir es gleich So kurz Ich geh noch in den Rutschen Oder so Ich seh halt nix Ich seh halt nix I don't Get it Wo geht's denn hier lang? Oh Gott, hier geht's ja Warum geht's denn hier weiter? Geht's hier mal die ganze Zeit weiter? What is happening? Okay Okay Also wir gehen jetzt Durch so ne Endlosschleife In die einzelnen Räume Und wo sind wir denn jetzt? 6 AM Okay, ich muss da anscheinend nur noch You live You live Ich muss anscheinend nur noch raus Das war Always Wenn euch das Spiel gefallen hat Quasi Five Nights as Freddy Als Hallways Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen Wenn ihr auch sehen wollt Ob wir das Ganze spielen Beziehungsweise wenn ihr wollt Dass wir das spielen Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren Ansonsten sehen wir uns Bei einem nächsten kleinen Projekt Und bis dahin sag ich erstmal Hang out Dann lasst uns gerne in den Kommentaren Lasst uns gerne in den Kommentaren